hey leute und herzlich willkommen zur großen gewinnspiel auflösung von dp und ja ich würde sagen wir fangen auch direkt mal an ich mache mal eben so gut ja hier spackt gerade wieder ein bisschen das computerprogramm rum ja ich habe wieder ein gewinnspiel gemacht zu drags profit und zwar gab es ja diesmal ein ei eurer wahl zu gewinnen was bei mir auf jeden fall im rucksack sein muss ich habe euch ja gezeigt welche eier das alles sind und dazu gibt es natürlich wieder den gewinncode von drags profit und eine million gold also quasi drei sachen also spannung spiel und überraschung und so ja dazu habe ich wieder meine kleine schlaue box hier fertig gemacht wo natürlich wieder alle eure namen drin sind ja ich zeige euch das mal hin so dann mache ich das ding mal zu schüttel mal wieder voll durch hier ne ein bisschen schütteln und so und eröffne ich die mal weil es gibt ja nämlich so einige leute die die waren da so ein bisschen bisschen hibbelig und wollten unbedingt wissen wann das denn losgeht mit dem gewinnspiel und so und so general lp ok also wie gesagt hier sind alle namen drin so kurz geschüttelt gewackelt und so weiter sofort ich habe einen bezogen so aber wenn es jetzt der name ist war dann gibt es einen aus so nein es ist david zwar der gewonnen hat ich kann es hier mal eben zeigen aber ich halte das mal direkt andersrum könnt ihr es glaube ich besser sehen david zwar jetzt ist nämlich richtig rum beziehungsweise bei spiegel verkehrt und so ja ihr wisst schon was ich meine so erst mal herzlichen glückwunsch david ne an über die preise die du gewonnen hast jetzt habe ich gerade voll den fahrern verloren das ist mir total leid so alle die nicht gewonnen haben auf jeden fall wünsche den viel glück beim nächsten mal und wir sehen uns wieder bei dp haut rein leute macht's gut